Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Shugo37 an. Dieser hat über Trading Geheimnisse für Einsteiger geschrieben, welches er mit 4,2 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Trading Geheimnisse für Einsteiger. Erfahrungen. Trading, der Handel an der Börse oder am Währungsmarkt ist nicht ganz einfach. Bis man profitabel tradet, können einige Monate vergehen. Ich habe eine Abkürzung gesucht und bin auf ein digitales Infoprodukt gestoßen. Frederik Ebner gibt in seinem Videokurs Trading Geheimnisse für Einsteiger seine Erfahrungen weiter. In dem heutigen Trading Geheimnisse für Einsteiger-Erfahrungsbericht erzähle ich, was man von dem Kurs erwarten darf und ferner möchte ich euch den Autoren und Trading Experten vorstellen. Kurze Vorstellung. Wer ist Frederik Ebner? Frederik Ebner, ausgewildeter Mechatroniker, hat jahrelang im Bankwesen gearbeitet. Durch seinen Beruf hat er schon ein Verständnis für die Finanzmärkte entwickeln können. Beim Trading hat er natürlich anfänglich auch auf ganz konventionelle und grundlegende Prinzipien gesetzt. Mit der wachsenden Erfahrung hat er eine komplexe, aber effektive Anlagestrategie entwickelt. Trading Starter, der Inhalt. Ebner hat auf dem Finanzmärkten und im Bankwesen angefangen zu arbeiten, weil die Branche die Topverdiener unterhält. Bei den Märkten entschied er sich für den größten, den Devisenmarkt, wo mehr als 5 Milliarden Dollar an nur einem Handelstag gehandelt werden. Dort arbeiteten die Banken und auch dort wollte Ebner sein. Er versuchte sich zunächst selbst im Trading und fuhr mehr Verluste als Gewinner ein. Eine entscheidende Begegnung mit einem erfolgreichen und professionellen Trader brachte den Schub, den er noch gebraucht hat. Der Trader zeigte Frederik Ebner, wie er arbeitet und worauf es wirklich ankommt. Das brachte den Unterschied zwischen Erfolg und Niederlage. Seit diesem Tag wurden seine Handelstagen mit positiver Bilanz abgeschlossen. Das System hat er zusammengefasst in Trading Geheimnisse für Anfänger. Es ist einfach, klar und sofort umsetzbar. Es hat den Anspruch von Einsteigern leichter erlernt werden zu können, sodass man auch schnell Ergebnisse sehen kann. Theoretisch sind Gewinne am ersten Tag möglich. Bei dem Kurs handelt es sich um ein Komplettprogramm. Wie verdient man am Devisenmarkt Geld? Man erlernt die Strategie Schritt für Schritt in den einzelnen Videos und Lektionen. Insgesamt kommt man so auf Videomaterial von circa fünf Stunden. Der Kurs teilt sich in die folgenden Bereiche auf. Grundlagen. Eine Stunde und 48 Minuten. In diesem Modul geht es an die Grundlagen des Handelns, die wirklich jeder kennen sollte. Gerade als Anfänger wird man von Begriffen überflutet, die noch keine Bedeutung für einen haben. Wie analysiert man zum Beispiel Charts? Warum fallen oder steigen bestimmte Kurse? Was steckt genau dahinter? Zu diesem Modul gehört auch die Installation diverser Programme, die man auf jeden Fall braucht, um so wieder Auto arbeiten zu können. Die Programme kann man sich sowohl für das Smartphone als auch für den Computer herunterladen. Trading System. Eine Stunde und 26 Minuten. Das Trading System an sich ist natürlich das Herzstück des Kurses. Hier wird genauer die Strategie erklärt. In nur 15 Minuten kann man es erlernen. Es ist eine gängige Methode, die auch von professionellen Tradern verwendet wird. Ein- und Ausstieg. Eine Stunde und 58 Minuten. Der Ein- und Ausstieg entscheidet über Gewinn oder Verlust am Markt. Daher sollte man natürlich genau wissen, wann man diese Entscheidungen trifft. Beherrscht man das System und kennt die richtigen Zeitpunkte, steht einem Gewinn nichts mehr im Wege. Psychologie. 31 Minuten. Eine der größten Hürden sind Emotionen beim Handel. Daher spielt auch der Kopf eine enorm wichtige Rolle und dieses Kapitel sollte man unter keinen Umständen auslassen. Da viel Geld im Spiel sein kann, übernehmen häufig die Emotionen das Steuer. Gewinnt man eine größere Summe, packt einen schnell die Gier, die einen unvorsichtig werden lässt. Genauso kann in heiklen Situationen aber auch die Angst übernehmen, und man steigt vorzeitig aus, weil man nicht den Mumm hat, etwas länger zu halten. Im Kurs werden die fünf fatalen psychologischen Fehler enttarnt, damit man diesen selbst nicht mehr zum Opfer fallen kann. Bonus. Als Zusatz erhält man unter anderem noch einen Trading Plan, an dem man sich halten kann, und ein Trading Tagebuch, wo man genau Buch führen kann über die persönlichen Handelstage. Ein weiteres Plus zum Kurs ist der Trading Kalkulator, mit dem man sich genau berechnen lassen kann, wie man einen einzelnen Trade setzt, um den maximalen Gewinn herauszuholen. Dabei handelt es sich um eine Software. Den Zugang zum Kurs erhält man direkt nach der Bezahlung per Mail. Mit den dort angegebenen Daten kann man sich in einen Bereich einloggen, wo die ganzen Videos abrufbar sind. Die Videos kann man sich dementsprechend auf dem Smartphone oder dem Computer ansehen. Trading Starter, Erfahrungen. Der Handel am Forex war lange Zeit ein Traum von mir. Immer wieder habe ich mir bei verschiedenen Brokern Demokonten eröffnet und mich ausprobiert. Da es sich ja immer nur um Spielgeld gehandelt hat, hat man nicht die wirklichen Emotionen wie bei echtem Geld. Teilweise war ich erstaunlich gut, aber allzu oft auch erstaunlich schlecht. Ich wusste aber schon immer, dass ich unbedingt mal ein Konto eröffnen will, mit ein paar hundert Euro. Ein Bekannter aus meinem Umfeld sagte mir, dass ich da lieber nicht blind an die Sache gehen soll. Er empfahl mir damals Bücher zu lesen. Anstatt nach Büchern zu schauen, habe ich direkt nach Kursen gesucht. Auf diese Weise kann ich persönlich einfach besser lernen, wenn es mir jemand erzählt und ich dabei zusehen kann, wie es auch umgesetzt wird. Die Grundlagen waren mir weitestgehend bewusst, so war der interessante Teil für mich natürlich die Strategie an sich. Diese ist wie versprochen sehr leicht verständlich und lässt sich wirklich leicht umsetzen, was mich doch in Staunen versetzt hat. In erster Linie denkt man sich echt, was? Das war es? Das ist der Trick? So einfach und doch so genial und es hat gefruchtet. Mit mehreren kleinen zurückhaltenden Trades habe ich meine ersten realen 50 Euro verdient. Am nächsten Tag erneut um die 70 Euro. Das System funktioniert, wenn man es konsequent und diszipliniert anwendet. Die Ergebnisse können sich natürlich unterscheiden. Negative Trades werden auch immer dabei sein, denn gerade am Finanzmarkt kann ein System nicht unfähbar sein. Dennoch hat sich die kleinen Investitionen in den Kurs gelohnt und ich kann es eigentlich da ganz sehr ans Herz legen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bebette dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo vom Produkt-Kenner.de. Jahrgde. Jahrgde. Na mein Grund für den Laufenden zu bleiben erst FELD da. Hö sorts М쉽 vai noch einen Moment und bis bald. Sobald gehen werde ich den Video investieren. Sobald gehen 한 genetics million ein bisschen über das Video bed low. Über das find ich um früher樹 zimmer.